Boah! So. ok also wir wissen dass da gerade dinger liegen und wir können nirgendwo hoch springen das natürlich blöd also muss man hier so ein bisschen uns durch mogeln da muss man oder scheint so speichern hallo wie hatten wir mich jetzt hier sehen wenn ich mal fragen darf was ist das denn eine scharfschütze oder den treff ich ja niemals ach da oben steht auch noch einer waren jetzt hier die granate diesmal geht es darum unauffällig zu sein pass auf den alarm auf verstieg nicht war nur ein test war nur ein test mich würde trotzdem interessieren wie ich das machen soll könnte den natürlich mit einem taser ausschalten beckentreffer diesmal geht es darum unauffällig zu sein pass auf den alarm auf ich habe eine leiche gefunden greife den feind an ok also da müssen wir so etwas einfallen lassen ich habe nur keine ahnung was ist ja extrem tja guter rad teuer der läuft da oben lang und der steht da oben wenn ich den abknalle dann alarmiert er den automatisch da gleich mit moment mhm 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 aha musste ich jetzt mal nachlesen wir haben scharfschützen scharfsch...ziefernrohr ringflächengeschoss ablenkungssystem haftkamera auch gerade ja wir müssen knicken diesmal geht es darum noch nicht zu sein was auf den alarm auf alter wie sollen das gehen hier so diesmal geht es darum unauffällig zu sein pass auf den alarm auf naja bin ja ganz aufpassig haben wir ein medikit? ne scheiße alles unbenötigte personal auf dem sicherheitsbereichen melden sie liegen konfrontiert warte jetzt erstmal da wir morgen medikit war oh da waren doch schon wieder schritte so identifiziert diese frequenz da zackt echt hart muss ich sagen ich bin grad gut hm habe verstanden kommen da kommt jemand da kommt jemand ja bitte oh ja bitte oh ich sehe nix und ich sehe nix meldung von den technikern kannonen sind bewaffnet und scharf alle einheiten bitte darüber informieren ok alles unbenötigte personal auf dem sicherheitsbrechen da liegt ein medikit 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 speichern die frage ist ob hier auch irgendwelche granaten rumliegen scheinbar nicht denn hier alter packt medikit ein und quatschen soviel da muss man hoch dass man medikit ein und da kommen wir mit so einem ding und so nicht wieder runter so machen wir voll anlauf hier naja da waren wir ha Ah. Oh. So. Licht aus. Was ist das hier? Ihr macht nicht, ob ich das Licht anwegfragen darf. Vor allem, von wo kommt das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ziemlich uncool. Sieht nach einer komischen Stelle aus. Alle Verräter. Hä? Auf dem Dach ist irgendwas. Nie. Nein, ist vermutlich nur wieder eine Ratte. Ich will die Exekutionen nicht verpassen. Das ist keine Ratte. Los. Äh. Scheiße. Das lade ich mal lieber nochmal rin. Alle verräterischen Details aus dem Raum entfernen. Haltet das Licht von den Wänden weg. Und leuchtet die Gesichter gut aus. Man soll ihre Augen sehen können, wenn sie sterben. Wo ist der Tontechniker? Wir müssen nah ran, um ihre Gebete zu hören. Okay, also die Typen kommen auf jeden Fall. Kein' noch so langsam laufen. Wer ist da? Nee, komm mal runter. Das ist keine Ratte. Los. Vielleicht dreh ich ja langsam durch. Vielleicht tust du das. Ich muss hier nochmal her schauen. Scheint nichts zu sein. Gibt es hier noch mehr, irgendwie, von den Athleten? Ein Ringling. Ah ja. Kommen sie raus. Dann kommst du doch her. Geben sie aus. Hm. Mich interessiert trotzdem. Man das Ding da abschießen kann. Deswegen gehe ich da jetzt mal gucken. Scheinbar nicht. Nee, schade. Sah nie mehr so aus. Okay, das sind wieder Lampen, die man nicht ausschießen kann. Okay. 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 Ist hier irgendwie alles zu, oder was? Schloss klemmt. Die Frage, die ich mir stelle, war, wo geht's denn da hin? Ach so. Okay. Ja, wie sieht Bescheid. Also müssen wir da runter. Ich hab's ja eben schon wieder eine Mine gehört. Sag mal. Alter Schwede. Alter Schwede. Nur weil der zum, zum Laptop geswitcht ist da, der Vollidiot. Ich hab's ja auch schon wieder eine Ratte. Ich hab's ja auch schon wieder eine Ratte. Ich will die Exekutionen nicht verpassen. Das ist sehr suboptimal. Das ist sehr suboptimal. Verzeigen Sie sich! Geben Sie auf! Sie sind der Finger! Ach man, das ist ja wieder eine Mission wahr. Die ist ja gar nicht nach meinem Geschmack. Also am besten ist... Warum hier das Schloss klemmt, ist mir zwar schleierhaft. Am besten ist die Haftmine entschärfen. Weil sonst rödelt der wieder automatisch rüber und das ist irgendwie ein bisschen sucky. So. Wenn ich hier nämlich stehe und die Haftmine nehmen will, beziehungsweise die Computer benutzen will, dann rutscht der rüber und das wird automatisch als schnelle Bewegung registriert und dann macht es PAM! Und dann bist du da bescheid, wahr? Ja. Aber Medikit wäre auch der Bruder. Oh, geht's ja nicht weiter. Aha. Kicher. Ja. Das heißt wohl... Ja, was heißt denn das jetzt eigentlich? Weil hier ging es ja auch nicht weiter. Also... vermute ich jetzt einfach mal. Schön auf die Bleche schossen. Ich hab'n Medikit. Können wir uns daran vorbeischleichen? Eher nicht mal. Ne. Ja. Das sieht auch so aus, als wenn das ja schon gar nicht mehr zum Objekt gehört. Also wir müssen hier in dem Objekt bleiben, wahr? Die Frage ist nur, wie kommen wir da jetzt... Hier ist auch noch eine Tür. Ne. Hmm. gute frage und was hat das hier mit dem ding auf sich erzählen was er will das muss noch nicht was vielleicht ist es doch bloß ist die antenne da ist doch die antenne hier mensch ja